Und das nehme ich auch mit, genau. Was machst du denn da? Hast du ein Auto kaputt gemacht? Da freut er sich. Wir müssen hier alle töten. Wen? Die uns angreifen. Achso. Dachte ich so. Ich halte mich hier voll raus. Ach, da ist ja viel Action. Ach, jetzt habe ich schon wieder so ein komisches Ding. Ich will ein anderes aus. Ich will ein anderes aus. Da will ich ja, aber ich will meine Maschinenpistole. Aber irgendwie ist sie nicht da. Doch die Pistolen waren doch besser. Scheiße, es hat hier 54.000 ausgegeben. Ach, das ist ein falsches Rästchen. Wow, das brennt aber. Oh, ich glaube, ich bin schon. Was steht da um? Zerstörungsplätze? Ich muss mich mal kurz regenerieren. Ey. Ich will mich generieren, du Penner. Ich bin kurz vorm Sterben. Lass mich in Ruhe. Werf ruhig ein paar Granaten hier rum und so. Und zerstör Sachen für die Automaten. Ja, ich will mal kurz hier dafür sorgen, dass meine rote Linie wieder wächst. Quatsch. Was haben wir denn hier noch für Granaten? Ah, da unten. Ey. Immer ruhig bleiben hier. Ah, hier sind sie. Jetzt habe ich sie da. Geht das blöd, das ist eine Rauchgranate. Ich gehe mal nach oben. Ich bin auch nach oben gegangen hier, aber irgendwie ist hier nichts. Ey. Der hat mich hier angeschossen. Komm auf. Feigling. Ja, wo bist du denn? Ich bin oben. Ne, du doch nicht. Red mit dem, der hier auf mich schießt, aber... Ich bin oben, mache alles kaputt. Oh Mist. Ist ja voll scheiße, das Ding hier. Ja, ma. Sind hier oben denn noch welche? Ich nehme jetzt gerade hier meinen Raketenwerfer. Oh, du brennst ja an. Hör mal. Das ist aber ärgerlich. Du musst Automaten kaputt machen, ne? Weil wir hier zerstören sollen. Achso. Das ist doch. Mach ich doch glatt. Dachte ich's mir. Was sagt? Oh, den kann ich töten. Hier sind ja noch rote Punkte. Hier muss ja irgendwo noch was sein. Ja, wahrscheinlich unten. Hallo. Ja, zumindest geht so die gelbe Linie hoch, ne? Mhm. Also ob die ja so viele Roulette-Tächer hätten hier oben. Ach, hol doch, ey. Da bist du. So viele Leute passen hier gar nicht rein. So, jetzt ist hier nur noch ein Punkt. Ich finde dich auch noch. Wo bist du? Oh, ne, ist weg, ne? Ja, sauber. Hier ist wohl die geile Waffe. Ich benutze meine eigenen Granaten. Wie ätzend. Wieso? Was hast du denn da? Ja, so ein Ding mit Granaten. Cool. Damit klappt das auch. Befrage den Manager. Komm her. Wo denn? Hab ich schon. Okay. Ich mach ja weiter Automaten kaputt. Und jetzt? Ach, finde die Geldkammer. Das war der blaue Punkt-Eck-Ding wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. Hast du sie gefunden? Ja, klar. Ja, geil. Wuhu. Windel, Mann. Oh, oh. Oh. Oh, man. Das sieht schon nicht sehr gut für uns aus. Nö. Aber wir hätten Waffen kaufen sollen. Oder Munition, besser gesagt. Ich will endlich mal meine Maschinenpistole wieder haben. Dann wähl die da aus. Ne, ist ja irgendwie weg. Ja, du kannst hier mal im Domizil auswählen. Ja, weiß ich. Hab ich aber vergessen. Geh mal eben nach oben. Ach, Statuen zerstören. Ah. Was sollen wir machen? Die Statuen zerstören. Welche Statuen? Da, wo die roten Dinger drüber sind. Ach, Mann, ey. Ich hab hier gerade Probleme. Brennt doch! Boah, wie verhalten die denn aus, ey? Ey. Okay, zwei sind down. Äh, drei sind down. Cool. Ich hab keine Ahnung von welchen Statuen. Ach so. Oh, cool. Die hab ich aber schnell kaputt gemacht. Ich hab ne super Waffe. Yeah. Oh, fuck. Oh, das hat so'n Schlägertyp da. Zumindest hält er ne Menge aus hier. Oh. Hilfe. Lass ihn brennen. Oh. Der rennt ja immer wieder über mich rüber. Oh, fuck, fuck, fuck. Kann er jetzt noch rennen? Ich bin gleich tot. Hilfe. Ma, wie viel hält er denn aus hier? Ja. Ein Schlägertyp hier, ne? Ja. Ja. Ja, genau, ey. Ich brenne dich an und der läuft durch mich durch und macht mich brennen. Ah, Peter, der will mich umbringen. Nein, du schaffst das. Nein, ich glaube nicht. Der schlägt voll auf mich ein. Oh, der ist echt da, der ist echt da. Der ist echt da und jetzt ist er tot. Ah. Fuck. Ich muss nicht regenerieren. Versteck mich. Hast du ihn jetzt getötet? Ah, das ist noch so ein dicker. Ja, WTF? Mit einer Minigun leckt mich am Arsch. Warte, warte, nehmen wir den da. Warte, nehmen wir den da. Da sind ja nur so dicke Dinger. Hilfe. Geh weg da. Warte. Raketenwerfer. Wo bist du? Hä? Hier steht, wiederbelebe deinen Begleiter. Wo ist der? Dann warte, ich gehe hin. Okay. Jawohl, Neuser. Wrennen wir wieder beide. Auf den Tank da hinten schießen. Ja, mach ich, ja. Sehr gut. Wiederschreit, ey. Liegt hier nicht jetzt eine Minigun oder sowas? Weiß nicht, der hatte ja einen, ne? Musst du gucken. Hier ist so ein rotes Dreieck. Ich gehe da mal hin. Aber ich glaube, das ist nach oben, ne? Joa. Ach, falsche Richtung. Wahrscheinlich nur so ein kleiner Gangster, so wie der aussieht. Ich habe bestimmt schon angefangen. Lass mit deiner Minigun hier rum. Ja, klar. Jawolle. Yeah. Das gehört, der Schuppen bestimmt uns. Hoffentlich. Yeah. Ja. Geschafft. Watt? Nur zwölf? Warte, in Festung und Domizil direkt. Das ist mir egal, ich will Geld. Oh. Ich hänge direkt wieder mit einer Waffe auf der Straße rum. Sollen wir eben shoppen gehen? Ja, können wir machen. Ja, die lag da. Wo denn? Im Waffenladen, meinst du? Ja, oh. Ich nehme mal hier ein Auto. Wir nehmen das Telefon und rufen an. Ich dachte, wir wollen jetzt erstmal im Waffenladen. Ja, und da bin ich mit meinem Auto da hinfahren? Ach so, ne. Weißt du, da bringt man einen Begleiter daten und fährt halt den kaputt. Karte. Hast du das gemacht? Ach, ich bin irgendwie abgestürzt. Ah, scheiße. Hilfe. Alles klar? Ja, ich weiß nur nicht, wo ist jetzt irgendwie hier... Oh, Sprung ans Ufer. Ja, gut. Oh, endlich sah das Radio aus. Das war lustig. Oh, hier sind ja voll die Katakomben. Ich habe eine Bandenoperation entdeckt. Ja, wenn du dich mit denen anlegst, dann geht das los. Ne, ich versuche ja hier die Straße wieder zu finden. Ah, da. Da haben wir sie doch. Schönes Auto. Versuchen wir das nochmal. Also, ich bin gerade am Shop angekommen. Ja, schön für dich. Oh, ja. Ah, da. Ja. Hat dich ja noch markiert. Da kannst du auch die Waffe auswählen, die du haben möchtest, ne? Ja. Ching, ching, ching. Oh, das steuert sich aber doof. Hilfe, was mache ich denn? Das ist aber teuer immer. Okay, zurück. Oh. Was ist denn los? Ja, ich muss erstmal hier ankommen. Ne, die Cyberwaffe finde ich scheiße. Die will ich nicht. Oh, geh doch aus dem Weg, Mann. What? Stellen die sich mir hier in den Weg. Oh, warte, irgendwo muss es doch sein gleich. Ich glaube, ich kaufe mir das hier. Ah, da. Oh. Und das nehme ich auch mit, genau. Was machst du? Du hast mein Auto kaputt gemacht. Hä? Was mache ich? Du hast mein Auto kaputt gemacht. Ich bin noch gar nicht da. Ja, sehe ich, wie du immer in mein Auto reinfährst. Hörst du mal auf? Was mache ich denn? Raus. Nein. Ja, hau doch ab, du Feinkling. Hau doch ab. Ich gehe jetzt Waffen kaufen. Warte mal. Nein, ich gehe jetzt Waffen kaufen. Warte, du hast ein Problem. Na, komm raus. Nee, du willst dich umbringen oder so. Oh, was hast du gemacht, Peter? Nix, aber du musst dich beeilen. Peter, du bist so ein Idiot, ne? Du weißt genau, dass ich jetzt hier die neue Waffe, die andere Waffe nehmen wollte. Ja, dann nimm die doch. So lange dauert das auch nicht. Krass, wie die nicht fahren können. Jetzt haben die die Oma umgefahren. Hey, was soll das denn hier? Komm mal hier. Du bist so ein... Du kriegst es noch wieder. Na, die holen jetzt die Wichser. Ich werde gleich brennen. Haha, das sah gut aus. Also, wenn du soweit bist, können wir ruhig... Ruf ich an. Hä? Ja, ich bin schon wieder im Auto. Ja, warte, dann rufe ich immer an. Auftrag. Bist du angenommen? Nee, ging nicht. Warte. Jetzt. Ja, begeb dich zum Flughafen. Dann haben wir ja ein Ziel. Ja, das war nur erreichen müssen. Ja, sehr schwierig ist dadurch, dass du ja wieder nur Kacke fabriziert hast. Warum ich? Der Rückzock. Ach, du Scheiße. Also, ich bin gesprungen. Ja, mit dem Auto, ne? Nee, zu Fuß. Echt? Ich bin mit dem Auto drüber gefahren. Ja, ich auch. Hast du mich wieder verarscht, ne? Hast du die kleine dumme Spielerin wieder verarscht, die sowieso keine Ahnung hat, was du hier macht, ne? Na, wieso klappt der mal besser? Bis auf das Thema noch nicht, weil es so für die Symbole sind, die da immer angezeigt werden. Eigentlich ist es nicht wirklich klappt. Bleib stehen! Ah, ein bisschen Rad ist weg. Ach, du bist hinter mir, ne? Du bist ja gar nicht vor mir. Mein Auto ist aber von dem Arsch, ne? Ja, meins zieht auch schon Funken hier. Ich glaube, ich fahre nicht mehr auf dem Reifen, sondern auf der Radkappe. Auf der Radkappe, okay. Geht das nicht? Nee. Ja, dann halt auf diesen Eisen sinken. Ey, du Pille, Mann! Jetzt komme ich da nicht rüber! Toll, ich werde sterben! Oh, fuck! Peter, das ist ja echt eine nette Teamarbeit, die du da machst, wirklich! Was ist denn los? Ich hole mir mal eben hier so ein Chirurg-Zentrum. Dann lass mich rüber! Ah! Was kann ich hin dafür, wenn du das nicht schaffst? Ja, ich sterbe hier. Ich werde hier überfallen und alles. Und hier ist kein Auto. Ich brauche ein neues Auto. Was für ein Auto? Wow! Ah! Die kommt da nicht rüber! Ja, warte, ich beeil mich! Mein Auto kommt doch gerade gar nicht. Was bist du echt, ey. Jetzt ist mein Auto da. Was für ein Homo. Bin ich jetzt auf der anderen? Ich will doch nur ein Auto, Mann. Gib mir doch nur ein Auto. Bis so was habe ich überhaupt gemeint. Ich habe dich nur überholt. Ja, und da... Aber du hast mich gegen die Ecke von der Brücke gebracht. Und dadurch habe ich an Geschwindigkeit verloren. Und dann hat mein Auto gebrannt und ich konnte nicht mehr rüberspringen. Ach so. Und das Auto war nicht vorher schon kaputt. Das habe ich ja nicht gesagt. Sondern das habe ich zerstört. Ich wäre noch da drüber gekommen. Und du hast es so weit zerstört, dass es gebrannt hat und ich raus musste. Ja, aber kaputt hast du das am Anfang gemacht. Ich? Ne, ich habe nur den Tropfen, den, ne? Der hat fast zum Überlaufen gebracht. Nicht der Sinn der Sache. Egal, du bist jetzt hier. Ja, schön. Für dich. Du hast angefangen, mein Auto zu Klub zu fahren. Flugzeug. Ah, das macht er doch gerne. Genau. James Bond. Ah, geht doch. Ja, ich mache das. Nicht du. Guck mal, wie der einfach den Deckel abgerissen hat. This way, man. Jetzt geht's wieder los. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.